hallo willkommen auf meinem youtube kanal gaming und ja hierauf wird ausschließlich minecraft und fortnight dead by daylight falls euch das mit griffes arcs by revolved gta und noch vieles mehr kommen drei videos pro woche sollten drin sein ich hoffe ihr freut euch darauf über geschnittene videos mit intro und outro direkt von anfang an naja das andere zeug habt ihr schon im informationsvideo erfahren wahrscheinlich wenn ich dann könnt ihr euch das gleich angucken nach dem video hier was auch knapp so ich spreche gar nicht so viel aber es liegt daran dass ich mich hier ein bisschen ganz wir spielen hier gerade jump league auf den kommadepunkt netzler ich hasse solche geschafft einer ist vor mir der war gerade eben schon in der runde drin wo ich auch schon aufnehmen wollte er hat mich da ziemlich hart zerstört und jetzt ist er schon wieder erster das stört mich auf jeden fall vielleicht können wir ihn ja dieses mal racken so haben wir auch das war jetzt nicht besonders schwer das modul also das ist schon relativ alt das gab es schon damals zu den zeiten wo playmini die noch jump league hatte wenn sich daran ändert schreibt es in die kommentare wenn ihr hm was war es denn jetzt gewesen hm grafikwerk ok ich glaube der hat man auch in der aufnahme gesehen müsste man auf jeden fall wenn es logisch wird ok ein rekord aufgestattet weil ich zum ersten mal durch hier auf den kommadepunkt netzler gemacht habe das habe ich auch noch nie gemacht glaube ich also viele neue hier ne wenn das überhaupt neu ist ich kenne das manchmal von damals kann ich direkt runtersprungen soviel fand ich so leicht ist mit dem vierer sprung das war dumm ich dachte schon wieder deswegen bin ich kurz mal gestoppt kurz davor ja hatte ich auch noch aber das kenne ich tatsächlich also das ist mir auf jeden fall vertraut und ja ihr könnt auch gerne mit socken einfach die büms legwende enden legwende mit kuh weil es sich einfach besser anhört als legende aus dem war da schon bis jetzt da hätte ich vielleicht ein aufnehmen sollen ich hoffe man hört meine tastatur nicht zu doll wenn doch müsste ich irgendwie was dagegen unternehmen verständlich ich hoffe euch gefällt und auch nachher mein auto aber erst mal durchgucken die schlinge oh mein gott haben wir eigentlich so gut wie eine volle weiß noch was zu bekommen das habe ich auch noch nie gemacht habe ich vergessen zu erwähnen das ja auch noch nie alle denken jetzt dass ich nur bin aber irgendwie dann trotzdem relativ okay in dem spiel ich bin doch schützen auch nicht Die ganze Vorbildbar schafft die da anscheinend auch nicht. Der springt nämlich auch die ganze Runde. Das auch nichts. Okay, das ist echt nicht so leicht. Aber es geht. Das habe ich gerade schon gemerkt. Puh. Das war schlecht. Das war noch schlecht. Das war super schlecht. Das will ich mir langsam gar keine Mühe mehr. Ich muss mich nicht mehr konzentrieren. Ich meine, bei den GTA-Videos nehme ich das erst recht. Weil GTA ist nun mal eine ganze Nummer anders. Eigentlich hoffe ich, euch gefällt bis zuerst dieses Video hier. Ist auch ganz schnell nur gemacht, weil Minecraft erfordert nicht den großen Aufwand, um ein Video dazu zu machen. Alter, hätte ich da jetzt verkackt. Der Typ ist doch schon fertig hiermit, glaube ich. Also fast zumindest. Komm. Ja. Er hat jetzt sprüngelt gerade. Oh. Egal, er hat sowieso geschafft. Wieso ich im Moment noch gar keinen Sound angemacht habe, weil... Ähm... Weil das viel zu laut ist bei mir. Also das habe ich ein bisschen dumm eingestellt, um mich ehrlich zu ihm. Schärfe 1, I'm breaking 2, nicht schlecht. Übrigens ein Kettenhelm ist genauso gut wie ein Eisenhelm. Das wissen viele nicht, deswegen habe ich es gerade noch mal erwähnt. Ich denke, es ist sicherlich sogar, ich habe es besser ausgeguckt. Ich denke, ich bin tot, wenn jetzt der OP-Typ reinkommt. Kein Blind hieß der, der ich gekillt hab. Den Feier hätte ich gern wieder. Dann gehe ich einfach auf. Hier drin ist safe wieder wer. Hm, doch nicht. Ich will nicht, dass er eine Eisenhose bekommt. Oder irgendwas in der Art. Ey, mir ist er. Okay, doch nicht. Er nimmt ihn. Und wahrscheinlich wird er gleich TNT selbst. So kennen wir ihn ja. Jetzt rennt er. Und ich habe ihn. Nice. Rolladier-Schwirt. Okay, der hat auch ein versaubertes Schwert. Manche haben ja am Anfang der Runde auch so viel Lack und kriegen auch am Anfang Schwert. Wie die beide auf mich gegangen sind. Also habt ihr das gesehen? Wie die beide direkt auf mich heraufgezogen haben. Sie wurden Slimes, ja. Wie cool. Eine coole Nebensache. So mit den Slimes. Wie ich hier auch so kleine Sachen ziehen. Sie hat noch zwei Leben. Ich habe noch zwei Leben. Ich hatte eben auch ein bisschen mehr Glück mit Nick Fib. Meiner Meinung nach. Ja, jetzt ist der TNT. Unnötig. Zwei Stück. Ich glaube, er will sich hier von oben mich staunten. Das könnte auf jeden Fall sein. Da. Da ist wer. So muss man halt dem arbeiten, weil sonst sterben beide, die OP herkürzt sind. Und das wäre nun nicht verdient, dass so einer nun stirbt. Na, was schreibe ich noch? Was geht? Was geht? Ich glaube, der andere kommt gerade von hinten. Ganz gut bei dir. Nehme gerade auf. Nehme gerade auf. Okay, da müssen wir jetzt abstauben. Okay, dann müssen wir jetzt abstauben. Abstauben! Kann ich? Kann ich? Nee. 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 Kein Ding schreibt er. Jetzt rede ich richtig durch. Der andere hat eben auch noch ein Leben, aber das Ding ist, der macht nichts, denke ich. Ich glaube, das ist eine Pussi. Pussi, Pussi. 100er Pussi ist da. Später mal in zwei Jahren, wenn ich mich so hart cringe, also wenn ich das so hart cringe finden. Jetzt im Moment finde ich geht das noch vom Cringe Level her. Cringe Level 5000 erreicht, aber noch nicht over 9000. Wo ist hier? Läuft die ganze weg? Wollte ich auch machen an seiner Stelle, also da nehme ich ihn noch nicht über Scheiß. Da steht der egal. Nee, nee, nee. Der geht nach hier hinten. Würde ich ihn kehren, der sei ihm easy, ihr anderen zu kehren ist. Verständlich wegen Kompass und so. Na, aber er wäre gar nicht so dumm gewesen, wäre er bei einem See geblieben. Das war schlecht. Oh, bis jetzt schaden, geht da. Ich will erstmal den auslösen, wenn ich ein Save Game habe. Oder er will auf Mitte schwitzen, das könnte natürlich auch sein. Das ist hier sogar relativ doof. Also für mich. Der war knapp der Schuss. Ja, jetzt muss ich einfach rauf gehen und hoffen, dass ich ihn platt mache. Hier mit meinen 6 Klicks, aber wo ich noch nicht mehr schnell klicke. Ja, moin. Ah, da hätte er sich echt umdrehen sollen. Das finde ich, hat er richtig schlecht gemacht. Also hätte er sich da umgedreht. Ich glaube, er hätte nicht bekommen. Erst recht, wenn ich ihm noch einen Bogen gegeben hätte. Gleich hab ich dich. Gleich hab ich ihn ja gemerkt. Ich frag mich, wie der das Wort abbremsen konnte. Shit, man, ich muss ihn predikten. Shit, ich bin nochmal hingeblüht. Wenn ich ihn nicht einmal... Da oben käme der. Wenn ich mich gleich abstopfe, wäre es noch nicht mal so schlimm, weil ich noch zu... Mann, Digga, er spielt halt total auf Zeit. Aber das ist gar nicht so schlimm. Und dann zieht sich das Video ein bisschen in die Länge. Ich glaub, gleich haut er mich einmal und da geht er wieder weg. Ich könnte es sogar wetten. Oder ich töte ihn und genau in der Sekunde... In der Sekunde wollte ich gerade sagen, alles klar. Genau in der Sekunde wollte ich gerade sagen, alles klar. Nur in der Sekunde wird der andere gewinnen. Hier vorne ist nämlich die Mitte. Und ich glaub, der hier ist sehr schlau. Wartet nur, bis ich den anderen töte. Und da kommt er von hinten zack. Das war dumm. Der andere ist sowieso da oben. Weiß ich doch. Meine Süßies. Ich warte mal bis 20, weil ab da will ich eigentlich nicht mehr... Äh... Schaden kriegen. Also... Ich will allgemein keinen Schaden mehr kriegen. Ich will nur... Die hätten. Ich guck er rein jetzt weg. Jetzt kommt er näher. Jetzt... jetzt will er. Der andere checkt es nicht. Ja, moin. Ja, GG. Oh mein Gott, die kommen wohl am Ende. Ja Leute, das war auf jeden Fall mein erstes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ging jetzt relativ kurz, denke ich mal. Haben jetzt keinen Timer gemacht, leider. Aber ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch das Intro und so. Bewertet es mal. Sagt mir, was ich besser machen kann. Und... Ciao. Ciao.